Nein Lilli Maus, machst du erstmal einen Check, hm? Ja, wer steht denn da? Da ist ja wohl ein Ding, wohnt da schon wieder einer, hm? Genau, erstmal Nase kratzen. So, Rübeletten. Oh Mann, die brauchst gar nicht da hochzuklären, dann alles meins. Ihr könnt euch jetzt mal einsortieren, wer auch immer, wo auch immer. Ne, Pupil? Sag mal, hast du da irgendwas drunter? Nö, alles gut. Nur so eine Kratzerei. Nur so eine kleine Kratzerie, das Lillillillt. Gut. Jeder sucht sich ein Zwerchchen, den er muss jetzt erstmal die Zwerge füttern. Oder besser gesagt, den einen Zwerg. Die eine kann ja schon. Okay.